ECHO 2018 – Olivia Iones fällt vor Külje Minogü auf die Knie Fan-Gierl-Alarm beim ECHO 2018! Heute Abend findet der größte Musikpreis Deutschlands statt. Neben reichlich Show und Musik während der Award-Verleihung sorgte Olivia Iones, 48, die wohl bekannteste Draquin der Nation, für einen legendären Red-Carpet-Moment. Als Sub-Star und nominierte Külje Minogü, 49, sich auf dem roten oder in dem Fall goldenen Teppich für die Fotografen positionierte, konnte die Travesti-Künstlerin nicht innehalten und ging vor der Musikerin auf die Knie. In einem bronzefarbenen Glitzkleid sorgt für einen echten Bov-Auftritt beim diesjährigen Echo. Für noch mehr Aufmerksamkeit als ihr Outfit sorgt allerdings der plötzliche Kniefall von. Keine Frage, die ehemalige Dschungelkamp-Kandidatin scheint ein echter Fan der 1,52 Meter großen Australierin zu sein. Die nimmt die spontane Aktion des DV-Stars allerdings mit Humor und posiert gemeinsam mit für die anwesende Presse. Der Echo wird übrigens nicht einziger Auftritt in Deutschland bleiben. Am kommenden Freitag wird die Bo Picone bei Let's Dance in Köln performen. Die Blondine wird live in der Show ihrem Hit-Dancing aus ihrem neuen Album Golden performen. Die Blondin werden live in der Show. Die Blondine wird mit der Musiker first und vermutlich aus dem córsten Schrauben geslingen. Die Blondine wird im Nachschule gegründig. Die Blondine wird im Nachschule gegründet. Die Blondine wird in der Show. Die Blondine wird mit dem Schrauben gegründet. Den Berichtungsgericht nach! Die Blondine wird mit einem Bowen gespringen voran, der Blondine wird hier hand sanitzen. Untertitelung des ZDF, 2020